Sukha Matsyendrasana, wörtlich die einfache Stellung des Yogameister Matsyendranath, ist der Drehsitz mit einem ausgestreckten Bein. Der Drehsitz, den wir bei Yoga Vidya typischerweise im Anfängerkurs üben. Nora zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Langsitz, also die sitzende Haltung mit gestreckten Beinen. Wir üben ja den Drehsitz typischerweise nach der Stellung des Kindes. Den knienden Drehsitz müsste dich nur einfach aufsetzen. Aber wenn du den Sukha Matsyendrasana üben willst, dann hast du die Beine erst ausgestreckt. Dann beugst du ein Knie, zum Beispiel das rechte Knie und gibst den rechten Fuß links neben das linke Knie. Dann kannst du als einfachste Variation von Sukha Matsyendrasana die linke Hand um das rechte Knie fassen, das ist die linke Hand, und die rechte Hand nach hinten auf dem Boden. Angenommen, die Hand würde nicht auf den Boden reichen, dann kann man auch ein Kissen oder einen Yoga-Block unterlegen. Und schaue dabei nach rechts, drehe also deinen Kopf leicht nach rechts und wölbe die linke Hälfte des Brustkorbs nach vorne. Wenn du etwas flexibler bist, dann gibst du die linke Ellbeuge über das Knie. Und wenn das geht, kannst du auch den Oberarm neben das Knie geben, an die Außenseite des Knies, und mit der Hand entweder an das ausgestreckte Knie oder, noch fortgeschrittener, an das Fußgelenk oder die Innenseite des Fußes geben. Drehe dich dabei nach rechts. Wenn das gut geht, könntest du auch die rechte Hand heben und hinter den Rücken geben und den Handrücken am Bauch entlang geben, Richtung Nabel. Wenn der Bauch dabei im Weg ist, dann gibt es noch eine Sukha Sukha Matsyendrasana. Den Namen habe ich jetzt gerade erfunden. Du kannst nämlich anstatt den Fuß an die Außenseite des Knies, kannst du auch den Fuß an die Innenseite des Knies geben. So hat Bauch noch etwas mehr Platz, wobei du dann natürlich nicht diese fortgeschrittene Variation machst, sondern die Anfängervariation, die Hand an das Knie und leicht nach rechts drehen. Nura wird jetzt auf der anderen Seite einfach diese und ähnliche Variationen selbstständig üben. Noch ein paar Worte zu der Wirkung von Sukha Matsyendrasana. Sukha Matsyendrasana ist eine Drehung. Als solche ist es eine gute Drehung für die Wirbelsäule. Viele werden sogar feststellen, dass bei ausgestrecktem Bein die Wirbelsäule stärker drehbar ist. Menschen werden feststellen, dass es leichter ist, beide Sitzhöcker am Boden zu halten, was gerade wichtig ist, wenn du Probleme im Kreuzbereich, in den Hüftkreuzbeinengelenken hast. Auch bei bestimmten Formen von Ischias-Beschwerden ist es besser, Sukha Matsyendrasana zu üben, statt Ardha Matsyendrasana oder Purana Matsyendrasana. Wie alle Drehsitz-Variationen wird auch Sukha Matsyendrasana Agni, das Verdauungsfeuer, aktivieren, die Energien, die zu Shumnan, die feinstoffliche Wirbelsäule bringen, die verschiedenen Chakren öffnen und die Energie dann in die höheren Energiezentren bringen. Matsyendra ist einer der mythologischen Begründer des Hatha-Yoga. Er soll von Shiva und Parvati selbst Hatha-Yoga gelernt haben und so Hatha-Yoga in die Welt gebracht haben. Alle Infos über alle Variationen findest du unter dem Stichwort Drehsitz oder Matsyendrasana in der Yoga-Vidya-App oder auf yoga-vidya.de